Kapitel 12 Den Rest des Tages und die ganze Nacht hindurch kniete Brian neben Derek und wartete. Er ging nur fort, um Wasser zu trinken und ein paar Beeren zu essen. Die übrige Zeit blieb er bei Derek, kniete an seinem Lager und warf dann und wann ein Stück Holz auf das Feuer, damit es nicht ausging. Er wartete. Und wartete. Er wusste, dass Derek nicht nur bewusstlos war, wusste, dass seine Verletzung schwerer war. Und doch wusste er nicht, was er tun sollte oder ob er überhaupt etwas tun konnte. Das Funkgerät war kaputt. Sie hatten vereinbart, sich jede Woche einmal über Funk zu melden. So ungefähr. Genaue Termine waren nicht vereinbart. Und natürlich, dass sie sich in einem Notfall melden würden. Erst gestern Nachmittag hatte Derek den Funkspruch für diese Woche abgesetzt. Darum würde man sich in der Zentrale nicht wundern, wenn vorläufig keine Meldungen mehr kamen. Im Büro der Fluglinie hatten sie gesagt, sie würden ihr Funkgerät rund um die Uhr auf Empfang schalten. Aber es wäre natürlich nicht immer besetzt. Darum hätte Brian, auch wenn er ein Funkgerät gehabt hätte, nicht jederzeit jemanden erreichen können. Natürlich hätte er ein anderes Flugzeug anfunken und einen Notfall melden können. Wenn er ein Funkgerät gehabt hätte. Er konnte also nicht um Hilfe rufen. Und niemand würde sich Sorgen machen, wenn Derek sich eine Woche lang nicht meldete. Also saßen sie fest. Derek war hilflos. Er war bewusstlos. Er lag im Koma. Da war es heraus, das Wort. Brian hatte sich erst vor dem Wort Tod gefürchtet. Und jetzt machte dieses Wort ihm Angst. Koma. Er musste etwas tun gegen seine Furcht. Er musste den Dingen ins Auge sehen, wie sie waren. Medizinisch hatte er keine Ahnung. Was mit Leuten passierte, die unter Schockwirkung standen, wusste er nicht. Und über ein Koma wusste er schon gar nichts. Im Fernsehen gab es Filme von Leuten, die Monate oder Jahre im Koma lagen und dann plötzlich erwachten und staunten, wie lange sie geschlafen hatten. Am Abend, immer noch an Dereks Bett, versuchte Brian, ihn mit schierer Willenskraft wachzurütteln. Wach auf, dachte er, und frage mich, wie lange du geschlafen hast. Jetzt, wach auf. Wir werden lachen und darüber reden, wie knapp wir dem Blitz entkommen sind. Aber es klappte nicht. Derek erwachte nicht aus dem Koma. Er machte auch sonst keine Bewegung. Irgendwann, kurz bevor die Dämmerung ihren ersten Fallen Dichtschimmer über den Himmel schickte und das östliche Ufer des Sees sichtbar machte, musste Brian es endlich akzeptieren. Derek lag im Koma und es sah nicht so aus, als würde er bald erwachen. Brian war allein und er trug alle Verantwortung. Einen Moment spürte er Wut und Hass in sich aufsteigen. Die Wildnis. Diese verdammte Wildnis. Damals wäre er beinahe gestorben. Es war nur Glück, dass er am Leben geblieben war. Und jetzt das. Schon wieder. Es bedrückte ihn, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Immerhin hatte Derek den Fehler gemacht, aufzustehen und die Hand nach dem Funkgerät auszustrecken. Er hätte am Boden liegen bleiben sollen. Hörst du mich? dachte er. Wenn wir miteinander sprechen könnten, würde ich dir Vorwürfe machen. Wie dumm. Derek wird vom Blitz getroffen und ich benehme mich, als wäre ich der Getroffene. So sinnierte er vor sich hin. Derek lag also im Koma. Aber was war ein Koma? Medizinisch betrachtet. Jedenfalls schien er nicht von selbst heraus zu erwachen. Das Funkgerät war kaputt und Brian konnte keine Hilfe rufen. Also, was nun? Nach einer Woche erst würde der Pilot kommen, um nach ihnen zu suchen. Vielleicht erst nach zehn Tagen. Konnte Derek so lange durchhalten? Konnte Brian etwas anderes tun, als warten? Hatte er eine andere Wahl? Wenn er blieb und Derek nicht wieder zu Bewusstsein kam, wie lange würde er durchhalten? Und wie lange konnte er ohne Nahrung und Wasser am Leben bleiben? Davon war nie die Rede in Filmen oder im Fernsehen. Niemals wurde gesagt, was mit Menschen passierte, die im Koma lagen. Sie wurden wahrscheinlich mit dem Schlauch ernährt. Aber das war hier unmöglich. Also musste Brian versuchen, Derek irgendwie Wasser und Nahrung einzuflößen. Aber wenn er dies tat, konnte der Mann ersticken und sterben. Auch dies war also unmöglich. Na gut, sagte er laut, halb zu Derek und doch nicht zu Derek. Was kann ich tun? Fast die ganze Nacht hatte er neben Derek gekniet. Und als er jetzt aufzustehen versuchte, knickten ihm die Knie ein. Er machte Rumpfbeugen und streckte seine Beinmuskeln und während er den Oberkörper zur Seite bog, roch er es. Oh ja, das hatte ich ganz vergessen. Die Verdauung. Dereks Körperfunktionen gingen ja weiter. Oder nicht. Doch offensichtlich taten sie es. Also auch das noch. Er musste Derek betreuen. Ihn richtig versorgen, wie ein kleines Kind. So etwas hatte er noch nie getan. Er hatte noch nie für einen anderen Menschen gesorgt. Es war gar nicht so lange her, dass er selbst noch ein Kind gewesen war. Und jetzt wusste er nicht, was man in einer solchen Situation zu tun hatte. Seine Wut war verflogen. Er fühlte sich einsam und hilflos. Er musste Derek säubern und ihn versorgen. Ja, er musste ein anderes menschliches Wesen versorgen. Betrachte es so, dachte er. Es geht nicht um Derek, sondern um ein anderes menschliches Wesen. Er musste dieses hilflose menschliche Wesen jetzt säubern. Wenn er innerlich Abstand hielt, konnte er es vielleicht tun. Wieso war es überhaupt so schwer? Er löste Dereks Gürtel, zog ihm die Hose herunter und der Geruch wurde stärker. Oh Gott! Er kämpfte den Ekel hinunter, beherrschte sich, rollte Dereks Körper herum und hielt den Atem an. Mit Grasbescheln, die er ausraufte, machte er ihn sauber. Dann zog er die Hose hinauf und rollte Derek wieder auf die Seite. Wie machten es Eltern bei kleinen Kindern? Schrecklich, er hatte keine Ahnung. Mit zwei Stöcken trug er die Grasbüschel und alles hinaus zu dem Loch, das sie als Latrine in die Erde gegraben hatten. Dann lief er zum See und wusch sich immer wieder die Hände, bis er sie sich an die Nase halten konnte, ohne etwas zu riechen. Als sie sauber waren, als er wieder frei atmen konnte, ohne dass der Ekel ihn würgte, lief er wieder hinauf zu Derek. Nur eines konnte er noch tun. Er konnte es Derek ein bisschen bequemer machen. Brian schob den schweren Mann zur Seite und schüttelte die Fichtenzweige auf, damit er ein weicheres Lager hatte. Dann zog er Derek hoch auf das Bett und legte ihn auf den Rücken. Jetzt aber fing Derek an zu würgen und keuchend zu atmen, als ob er erstickte. Darum rollte er ihn wieder auf die Seite. Nichts zu machen. Nein, er konnte wirklich nichts tun. Inzwischen war es ganz hell geworden und das Gras trocknete unter den warmen Strahlen der Sonne. Welch ein schöner Sommertag, dachte Brian, während sein Blick über den stillen See schweifte, in dem sich die Bäume des gegenüberliegenden Ufers spiegelten. Ja, welch ein schöner Tag, mit jubilierenden Vogelstimmen und springenden Fischen im Wasser. Alles war beinahe vollkommen. Bis auf die eine Tatsache. Diese eine unausweichliche Tatsache. Derek lag im Koma. Ich will alsoakmeregenden Fischen im Keller. Das war ich .